fünf Jahren so, ich wurde aufs Pferd gesetzt und es war wie nach Hause kommen. Schön. Diese Verbindung und diesen Frieden will ich immer haben, wenn ich an meine Pferde denke, wenn ich in Verbindung mit ihnen bin. Und mittlerweile habe ich das auch ausgedehnt auf Menschen. Hi, ich bin David von der KM Hot Academy. Im folgenden Video erwartet dich wie immer super interessantes Pferdewissen. Wenn du keine Videos mehr verpassen willst, dann würde ich mich wirklich riesig freuen, wenn du den Kanal einmal abonnierst und auch direkt auf diese kleine Glocke dann klickst. Das kostet dich wirklich nichts, aber durch dein Abo hilfst du uns und motivierst uns natürlich noch mehr tolles Pferdewissen zu verbreiten. Und jetzt viel Spaß beim nächsten Video. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Pferdegesundheit. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Sabrina Holländer und heute natürlich auch wieder nicht alleine. Die Sonja ist da. Sonja Schmidt-Liebert ist 1980 in Niederösterreich geboren und aufgewachsen. Sie ist glücklich verheiratet, stolze Mama eines siebenjährigen Sohnes. Zu ihrer Familie gehören außerdem noch zwei Pferde, zwei Esel, ein Hund und eine Katze. Und ihre Berufung drückt sie in ihrer Arbeit mit Pferden und ihren Menschen aus. Finde ich total spannend. Ich habe sie heute hier zum Thema Emotional Touch. Was das ist, das verrät sie uns jetzt. Hallo Sonja, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Ja, es ist auch mega. Wir haben ja gerade im Vorfeld schon ein bisschen gequatscht. Du bist eine Frau mit ganz viel Energie. Lass es raus, erzähl uns, was ist Emotional Touch? Wo kommt das her? Die Emotional Touch kommt ursprünglich daher, dass ich immer wieder gefragt wurde, während ich am Pferden arbeite, ob ich das nicht weitergeben kann. Also das, was ich mache, ob ich das nicht den Pferdebesitzern beibringen kann. Und es hat eine Weile gedauert, bis ich mal gesagt habe, okay, ich lasse mich mal auf dieses Projekt ein und gleichzeitig darauf herauszufinden, was die Menschen eigentlich meinen, wenn sie sagen, bring mir das bei, was du kannst. Und es hat sich dann im Laufe der Zeit herausgestellt, dass sie diese Verbindung meinen, die ich zu Pferden habe. Dieses mich komplett auf ein Pferd einlassen können, diesen Raum herstellen, wo nur das Pferd und ich existieren und da geht es nicht nur um meine eigenen, sondern auch um meine Kundenpferde immer wieder, wo es eine ganz spezielle Energie entsteht, wenn ich mich mit dem Pferd verbinde und einfach schaue, was braucht es, wo ist das Rad, an dem ich drehen muss, damit das Energiesystem wieder komplett sich reorganisiert und komplett in Schwung kommt. Also ich bin Energetikerin von Geburt an, sage ich immer, Pferdeflüsterin von Geburt an. Für mich war das mit fünf Jahren so, ich wurde aufs Pferd gesetzt und es war wie nach Hause kommen. Schön. Und meine Seele, also man merkt es jetzt auch ein bisschen an meiner Stimme immer, wenn ich diese Geschichte erzähle, bin ich immer sehr berührt, weil es nach wie vor so ist, ist, dass die Pferde mein Zuhause sind. Ach, ich bin da auch immer sehr mitfühlt, ich muss gerade auch ein bisschen schlucken. Liebe Hörerin, ich musste ja mal sagen, wir sehen uns ja hier, wir machen, wie die Aufnahme findet mit Video statt. Das heißt, Sonja und ich sitzen zwar hunderte Kilometer entfernt, aber trotzdem haben wir ein Gespräch unter vier Augen. Und es ist wahnsinnig, was hier gerade jetzt auch für eine Energie in den Räumen ist und vielleicht auch über die Internetleitung alles transportiert wird. Sonja, wenn dich das so berührt, wie würdest du beschreiben, wie man das auch, also wie kann man das anderen Menschen beschreiben, dass sie im Prinzip genauso ein schönes Gefühl, genauso eine Bindung auch entwickeln? Was müssen die tun? Es klingt immer so banal, das ist einer der schwierigsten Dinge, die es immer wieder zu tun gibt und das ist die Kontrolle loslassen. Also wir sind so gesteuert davon, Angst vor unseren Gefühlen zu haben und Angst vor dieser Nähe eigentlich zu haben, weil wir sie nicht kennen. Also wir kommen ja alle aus diesem Zustand, wenn wir auf die Welt kommen, aus diesem, im Bauch der Mama ist alles okay. Da sind wir rundum versorgt. Da sind wir in der kompletten Fülle. Und wenn wir auf die Welt kommen, werden wir mit anderen Gefühlen konfrontiert, dass halt nicht alles automatisch kommt, sondern man sich auch mal melden muss als Baby, was ja die meisten von uns nicht so kuschelig erlebt haben. Also heute ist man da ja Gott sei Dank schon viel auf ganz anderen Wegen. Und dieses Gefühl verbindet uns aber auch mit den Pferden, denn wenn wir schauen, wie Pferde gezüchtet werden, wie lange sie in Herden, wenn sie überhaupt in Herden jemals gehalten werden als Fohlen, diese Gefühle haben wir und die Pferde gemeinsam. Diese ganz, ganz ursprünglichen Trennungsgefühle verbinden uns auch mit den Pferden. Das ist ein total interessanter Aspekt, den habe ich so auch noch nie bedacht. Und deswegen, wir tragen den gleichen Schmerz und es war für mich wirklich ein ganz, ganz gravierendes Erlebnis der Tod meines ersten eigenen Pferdes, wo ich diese Verbindung noch extremer gespürt habe, als ich sie schon zu Lebzeiten hatte und dann, also diesen totalen Frieden, dieses Gefühl hat mich vor mittlerweile fast 15 Jahren, glaube ich, so berührt, dass ich gesagt habe, und das ist genau dieses Gefühl, dass ich zu Lebzeiten haben will. Diese Verbindung und diesen Frieden will ich immer haben, wenn ich an meine Pferde denke, wenn ich in Verbindung mit ihnen bin und mittlerweile habe ich das auch ausgedehnt auf Menschen. Also da hatte ich noch riesengroße Hemmschwellen, mich auf Menschen in diesen Punkt einzulassen und auch da ist es diese Reise wert. Und die Emotional Touch, ich habe dann eben nach einer Möglichkeit gesucht, wie ich diese Verbindung Menschen nahe bringen kann. Und zwar ohne, dass ich ihnen meine ganze erstens energetische Ausbildung irgendwie verklicken muss, man muss mein naturgegebenes Bedürfnis nach alles verstehen wollen und ich habe mich viele Jahre damit beschäftigt und höre auch sicher nicht auf, mich mit diesem Thema der Beziehung zwischen Mensch und Pferd zu beschäftigen und auch den Zusammenhängen zwischen anderen. Und trotzdem wollte ich etwas, wo ich sage, ich kann das einem Menschen an einem Tag etwas an die Hand geben, das ihn und sein Pferd ein Leben lang unterstützen kann. Und an dem Punkt kamen damals, mit dieser Frage kamen die ätherischen Öle, therapeutischen Öle von doTERRA in mein Leben, weil ich auf der Liege lag und diese Anwendung mit genau diesen acht Ölen an meinem eigenen Körper erfahren habe. Ab und da war es, ich bin aufgestanden und habe gesagt, das braucht es für Pferde. Okay. Und wusste da noch nicht, wie sich das im Endeffekt wirklich auswirken wird. Ja. Habe mich auf eine vierjährige Reise mit den Ölen begeben, wo ich im deutschsprachigen Raum auch sehr viel unterwegs war, habe das an über 100 Pferden ausprobiert, ich selbst und auch immer wieder nachgespürt und nachgefragt, bei denen ich es beigebracht habe. Und es ist so ein Raum der bedingungslosen Liebe, der geschaffen wird. In dieser energetischen Wolke und die dann auch noch eine Duftwolke ist, die ganz fantastisch richten und hier ist auch eben, also die Anwendung, dadurch, dass die Anwendung am Menschen entwickelt wurde, wurden diese acht Öle und Mischungen auch chemisch aufeinander abgestimmt von einem Arzt. Also das ist wirklich von hinten bis vorne auch so, dass da die chemischen Reaktionen alle zusammenpassen, was ja auch total wichtig ist, finde ich immer, dass man nicht einfach so drauf los, weil das Irdische hat ja auch seine Berechtigung, nicht nur das Energetische und nicht nur die Seelenebene, sondern eben auch diese Energie auf die Erde zu bringen. Und es gibt für mich wenig Dinge, die... Dieses Video ist in zwei Teile aufgeteilt. Den zweiten Teil findest du entweder kostenlos während dem Kongress oder du kannst dir alle Videos sichern, wirklich zum Downloaden, zum immer wieder anschauen, hier unten in der Videobeschreibung, da findest du alle Details dazu. Ansonsten eine kurze Erinnerung, auch von der Fee. Fee, was sagst du? Genau, bitte YouTube-Kanal einmal abonnieren. Das kostet dich nichts, das hilft uns aber wirklich, noch mehr Wissen zu verbreiten und ich freue mich, wenn du hier gleich auf Abonnieren und dann auch auf die Glocke klickst. Bis dann!